Jo meine Leute herzlich willkommen zum ersten Spieltag der UEFA Nations League Saison 20, 22, 23 Teil 1 von Teil 3 Los geht's! Heute um 18 Uhr Georgien gewinnt knapp gegen Gibraltar 4 zu 3 Und um 20 Uhr 45 Nordirland gewinnt gegen Griechenland 1 zu 0 Tschechien verliert gegen Schweiz 0 zu 2 Zypern unterlegt den Kosovo mit 0 zu 1 Dann Spanien verliert gegen Portugal 0 zu 4 Bulgarien verliert knapp gegen Nordmazedonien mit 2 zu 3 Dann Israel unterlegt Island mit 1 zu 5 Estland gewinnt gegen San Marino mit 5 zu 0 Serbien unterlegt Norwegen 1 zu 3 Und Slowenien verliert gegen Schweden mit 0 zu 4 So das war's vom ersten Spieltag der UEFA Nations League Saison 20, 22, 23 mit dem Prediction Teil 1 von Teil 3 So wenn auch das Video gefallen hat, lasst ein Dämpchen nach oben da Vergiss kein Abo, dann nimm jetzt die Glocke, die Neckpack ist ein Sakturin Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen und bis dann auf Goodkick, ciao!